Willkommen bei Janos Moratti bei der exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei der heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schauts in die Videobeschreibung und da steht alle meine Accounts und schreibt mir einen Kommentar und schauts bei Kanal-Info vorbei und da steht Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und TikTok. Und dann vermehren wir heute Vogelsalat. So schaut das Ganze aus, in Papier. Scheiße. Verplassen wir zusammen. Zerrill, Leute, haben Sie das gesagt? Ja. Das zeige ich euch jetzt. Da, damals war eine Brüche voran. Da haben wir genau Karossen. So. Da, da, mal. Ja. Ja. Da, tam, da. Hier ist er hinein. Wenn wir dann noch Erde drüber schmeißen und das kommt daneben. Die Buche muss ich ganz lang. Was ist das? Knoblauch. Ich habe reingesetzt, aber er ist nicht ausgefügelt. Kann man das so zu machen? Ja, das ist nicht ausgefügelt. Ablücken hier. So. Kann man so gut machen? und das kurze Tomatow hier Das ist gut, dass wir hier sind. Das ist gut, dass wir hier sind. So, jetzt 1 Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut in die Videobeschreibung vorbei und schreibt es mir in die Kommentare, nicht vergessen und schaut bei Kanalinfo vorbei und bis zum nächsten Video.